Herzlich Willkommen bei Gravity's Plus und heute schauen wir uns den Baus & Wilkins T7 Wireless an. Das ist ein drahtloser Bluetooth-Lautsprecher im sehr edlen Design und wir haben den hier in der Farbe Gold. Der Speaker ist aus sehr hochwertigen Materialien gefertigt. Auf der Oberseite haben wir einen Bluetooth-Button, um das Gerät zu verbinden, den Play-Pause-Button, um einmal die Lieder zu stoppen oder wieder die Wiedergabe zu starten. Plus und Minus, um die Lautstärke zu regeln und an der rechten Seite haben wir noch den Power-Button, um das Gerät einzuschalten. Auf der Rückseite haben wir einen Anschluss für das Netzteil. Wir können ein Klinkenkabel anschließen. Es gibt einen USB-Service-Eingang für Firmware-Updates und einen kleinen Reset-Button. Ansonsten finden wir in der Box noch einen Quick-Start-Guide, wie das Gerät zu verwenden ist, sowie ein Netzteil, um den Speaker wieder aufzuladen. Ebenfalls in der Box sind noch unterschiedliche Adapterstecker, falls ihr das Gerät einmal mit in den Urlaub nehmen wollt. Das Gerät kann sowohl mit dem beiliegenden Netzteil betrieben werden, sowie auch mit dem integrierten 18-Stunden-Akku überall ohne Netzteil. Um das Gerät mit eurem Smartphone zu verbinden, müsst ihr das erst einmal an der rechten Seite einschalten. Ist das Gerät eingeschaltet, müsst ihr einmal den Bluetooth-Button lange gedrückt halten, um das Gerät in den Pairing-Mode zu versetzen. Anschließend geht ihr in eurem Smartphone. Wir nutzen ein iOS-Gerät in die Einstellung und dort auf Bluetooth. Das Gerät wird bei iOS-Geräten unter Andere Geräte angezeigt. Ihr tippt einmal drauf und schon ist der Speaker verbunden. Wir schauen uns zum Test jetzt eine unserer YouTube-Folgen an, denn natürlich kann der gesamte Ton vom iPhone auf der Box wiedergegeben werden. Besonders gut an dem Bauer St. Wilkins T7 hat uns das unglaublich schöne Design gefallen. Auch der Bauer St. Wilkins typische sehr natürliche Klang fällt bei diesem Speaker sehr positiv auf. Leider ist der Speaker ein ganz klein wenig schwer aufgrund der sehr hochwertigen Materialien. Dadurch lässt er sich nicht ganz so gut mitnehmen wie vergleichbare Speaker.